Na ja, ausgerechnet auf der Karte. Ah, kann ich jetzt keine Garantie, äh. Oh, der ETC ist Diamond. Ah, wieder keine Eile. Ich denke aber trotzdem, dass wir das bessere Team haben. Das ist für mich aber ganz praktisch, dass die keine Eile haben. Ja, ganz genau. Und die Walla und die Chromie... ... und der Gul'dan. Ja, die kriegen richtig, richtig hart von dem... Wenn der ETC einen guten Moshpit setzt, dann kannst du da auch gut reinhämmern, ey. Oh, Rexha. Hoffentlich klappt's. Ich war immer schlecht mit Rexha. Oh, Kriegsmaschinen! In den vier Spielen eben hab ich's nicht gehabt. Erstmal Kügelchen, sagst du? Ja, ja, und Bambler. Ja, Push-to-Talk. Ich muss mich dran gewöhnen. Mega-Sort sagt das mit den Kügelchen. Aber ich hab's ausprobiert und es gefällt mir ganz gut so. Okay. Okay. Das heißt, die Pygel hat das. Anyway wieder ein Ko benutzt. Claros hat Gerät. Geh ich zurück. Sie hat ein Daumenist-Con. Okay. Oh Gott, auch mit D pfeift man zurück, ich dachte mit 1, ups. Boah, da muss man sich aber erst mal dran gewöhnen mit der Patchsteuerei. Komm Kügelchen, top. Ich höre dich übrigens nicht, falls du redest. Ja, sorry. Ich höre dich. Nice. Die Hava, Rexa geht auch ganz gut. wenn man nicht gerade reinfeedet ja genau ja Okay, jetzt haben wir ein Problem. 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 Okay, nice. Okay, jetzt haben wir ein Problem. 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 Okay. 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 Soll es sein, auf die mit Gewalt. Hm, gut. Sehr gut. Oh, Mann. Logisch. Der Tag angegriffen. Auslöschung empfohlen. Jörbier. Jörbier da ist! Äh. Nehmen wir auf die FN-ille vor. Die FN-ille im Roman kommt. Ich tue die FN-ille. Ich sache die FN-ille. Halt die 4ben bedrockung. Ist dein Bär echt gestorben? Ja, ist er. Aber, aber, er ist mir schon viel früher helfen gekommen und Chromie auch. Nicht Chromie, wer war denn das? Teiches, glaube ich. Die sind mit 1% Leben zu mir hingelaufen. Und dadurch sind Gehschnall gekommen. Ich weiß nicht genau, ob der Boss meinen Bären getötet hat oder die Chromie. In die Freiburgzone. Hast du heute Glück, Penner? Alter, ich krieg mich so auf die Fresse hier. Ja, okay. Ah, Todstellung ist echt so ein Talent, ne? Genau. Keine Ahnung, aber ich habe dasselbe Problem wie immer mit dem, die fokussen alle mich und ich halte nicht viel aus, das ist ja kein Tank hier im Grunde, das Pet ist ja der Tank. Alter ich kann nichts tun, ich sterbe einfach. Ach. Good job. Oh no. Oh no. Es die Heise zu. Oh no. Sollte man nicht lieber hier äh wilde Einschüchterung skillen? Also imposante Präsenz quasi? Falls du redest, ich höre dich nicht Ahhhh Irgendwie Nach dem Change wär das vielleicht ne Option, weil das ja jetzt anders gecastet wird, ne? Aber ich hab's immer ohne gespielt Das Problem ist, es sind ja fast nur Auto-Attacker und ich sterbe instant Wo machst du denn Bär nicht zurückgerufen? Ich hab's versucht, instant tot Ich hab das gesehen, er war nicht instant tot Pferde ist die heiße Zunge Achtend Korse Sicherheitskräfte Können die Gerne nicht ewig aufhalten Sie brauchen die Hilfe Good job. Oh Gott. Oh Gott ey, das ist echt ätzend. Guter Boss Call. Guter Boss Call. Ich sag mal nix. Guter Boss Call. Die Signale, nehmen Sie sie ein. also wir sind alle tot der boss läuft auf unseren kurzen und es steht nur noch der chor nein das steht noch ein turm der aber auch jetzt gerade kaputt gemacht wird ich meine ich wollte gerade sagen die gehen jetzt alle auf dem core drauf und selbst wenn nicht spawnen wir glaube ich nicht schnell genug um den boss bester moshpit eu den etc ganz vergessen der odin alter der macht jetzt etc ist richtig bad ich war auch richtig bad ja du musst mrex aber ein bisschen üben dass du den vielleicht ein bisschen defensiver spielst captain schuh krass wie können wir beide denn bitte ja gut du schon aber wie kann ich denn bitte hier in der liste sein 35 prozent vom damage gefressen ja stimmt